Leute, es ist, was ist heute? Heute ist Dienstag hier in Tokio. Es ist bei euch gerade, ich habe keine Ahnung, ich glaube viertel nach acht oder so. Dementsprechend ist es hier sieben Stunden später, ich habe gerade keinen Bock zu rechnen. Ich fahre jetzt gleich mit Nico hier zur Führerscheinstelle, denn wir wollen unsere Führerscheine übersetzen lassen und einen in dem Sinne japanischen Führerschein haben, um hier fahren zu dürfen. Und meine Frage an euch ist, habt ihr Bock, dass wir das auf Video festhalten, wenn wir, Nico und ich und vielleicht noch ein paar andere in einem Auto sitzen und chaosmäßig, weil hier ist linksverkehrt und hier ist sehr viel Chaos, was Auto angeht. Wenn wir chaosmäßig ein bisschen durch die Gegend fahren, habt ihr Bock, dass ich das festhalte und da ein bisschen zusammenschneide? Ich glaube, das wird mega Chaos, viel Geschrei. Ich habe das Gefühl, das wird sehr, sehr lustig. Wenn ihr da Bock drauf habt, lasst doch mal ein Läumchen da oben da. Ansonsten, Leute, in letzter Zeit kamen ein wenig Videos hier aus Tokio. Es tut mir leid, mir ging es die letzten Tage übers Wochenende nicht so gut. Das hole ich jetzt auf jeden Fall auf. Das TGS-Video kommt auf jeden Fall, wenn alles klappt, heute. Und dann auf jeden Fall noch vieles andere weitere, auch noch, die nächsten Tage. Auf jeden Fall, checkt Twitter aus, schickt vor allem Instagram aus. Bei Instagram lade ich sehr viele Videos hoch und auch sehr viele Bilder. Findet ihr auch in der Beschreibung verlinkt. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, auch so Videos aus dem Auto, dann lasst doch mal ein Läumchen da oben da und dann machen wir das. Vor allem bis dann. Schönen Dienstag euch. Tschüss.